Für mehr Lebensqualität, die Villa GASA, euch für den Markter von Monagentum. Mein Name ist Markus Gerberi. Sonntag am späteren Nachmittag. Eine grosszügige Terrasse, den Grill vorgenommen, ein Stück Fleisch gerade vorbereitet zum Grillieren, mit der Frau mit einem Glas Wein angestossen und das bei diesem atemberaubenden Panorama. Was haben wir geplant? Ein 5,5 Zimmer Einfamilienhaus mit einer grossen Fensterfront, der Richtung Thun und der Hinterlack ausgerichtet ist. Bei diesem Panorama habt ihr in jedem Fall ein positives Gefühl. Ihr habt Fragen zum Objekt oder wünscht eine Besichtigung auf der Parzelle? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Villa GASA, euer Markter von Wohnheigentum. Mein Name ist Markus Gerber. Mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willi Werob hat mich erled? Wie macht die ZDF für funk, 2017 Wir haben einen vielen roten Tag auf der ZDF für funk, und mit dem in der ZDF für funk. In einem einen hier überhaupt nicht Attach. Wie macht die Leidenschaft? Bis zum nächsten Mal.